This way. Okay. Da war jemand so freundlich. In deinem Papa. Moses is waiting for the loot to stop him out of the arm. Boss fight. He's waiting for the loot to stop him out of the arm. He's waiting for the loot to stop him out of the arm. I have to keep him out of the arm. Good luck. I have to keep him out of the arm before we go out of the arm. No. Must stop him. And soon now. I have to look at how I use the bombs. No, I don't need to stop him. It's all not wet. I have to move. I have to move. I have to move. I have to move. Das ist mal mit dem Terrus da näher. Schießen kann, ist auch ein Wunder. Man kann man aber treffen, ist eine andere Sache. Gute Frage. Vielleicht sprengen wir es. Und es gibt irgendwo einen Hebel. Das ist die wahrscheinliche Variante. Oh, ich würde es nicht zu sehen. Das war's für heute. Er ist mal drüben Er hat leider keine Mission bei sich Das muss man natürlich auch treffen Ein bisschen Händung könnte ich gebrauchen Ein bisschen Händung Ein bisschen Händung Ein bisschen Händung Ein bisschen Händung Ich will mal speichern Festung Ja das ist eine wahre Festung Ah hier kann ich speichern Aber erstmal Erstmal Looten Und zwar die hier am ehesten Pistolen 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 Immerhin habe ich ein bisschen was auf der Pistole So hier haben wir ihn gespeichert Jetzt geht es mal hier weiter Oder nicht Und Da hoch werden wir nicht kommen Ich hoffe mich aber Das ist jetzt nicht sofort schon Der Der große Postkampf Niesenwerk Lässt noch ein bisschen auf sich warten Das Das Ist natürlich relativ eindeutig eine Falle So was von eine Falle Ja ohne Munition jetzt hier ins Nest rein Ist ein bisschen Ich hoffe es kommt keiner von hinten Ich hoffe es kommt keiner von hinten Ein bisschen Looten Ein bisschen Looten Hier können wir dann Ach scheiße da kommen welche von hinten Kommen jetzt von allen Seiten Okay Ich sollte hier mal durch Sonst wird das nichts Das musste früher oder später passieren Dann Explosivgeschoss das sollten wir auch mal üben Das zu benutzen Bis mir die Munition ausgeht Oh kacke Gleich noch Munition auf Okay Jetzt mal weiter hier Munition herstellen Einmal brauche ich noch nicht Erstmal noch Pistole Erstmal noch Pistole Das können auch noch nicht alle gewesen sein Natürlich gehen wir jetzt nach unten Schleifere Idee Ja nicht in den Vorteil zu kommen Ach scheiße Und wenn ich Geld Gewähr Munition Bin ich mir lieber mal ein bisschen auf Nur Probe mir Obwohl zuerst Ja Graut ist auch weltweit Was habe ich keine Munition mehr Lässt sich ändern Äh Heldung habe ich jetzt Benutzt Was bisher noch nicht wirklich gebraucht Äh Heldung habe ich jetzt Also wie kommt man denn hier raus Au Ist aber nicht nett Steht der denn noch Wir müssen mal den Ausgang finden Den es hier unten bestimmt nicht geben wird Und wir haben auch immer nutzliche Sachen bei sich Das geht mir nämlich die Munition aus Ob man nicht ab und zu mal neue herstellen kann Das sollte ich mir mal langsam und über den Weg finden Hier vielleicht Acht Ok chuht B B Nutsen Acht Acht Schafschutz und so eine Zunge. Habe ich da gebrochen können? Du Kacke. Verdammt. Ja, das ist jetzt nicht richtig blöd. So wird das aber nix. Das ist genug Treibenwägen hier. Eisenberg ist eine Fabrik. Also ob ich da verfehlt habe. Scheiße. Was ist er denn? Der Große ist tot. Kacke. Ähm. Ich habe es nur keinen Schuss mehr. Das ist natürlich ungünstig. Irgendwie was herstellen. Ja, das hier. Das ist nur zwei. Warten wir auch einen Blick. Verdammt. Das ist doch der letzte. Das letzte auch, aber... Na toll. Auch noch Munition verschwendet. Clever bin ich. Magnum Munition, die ich noch nicht verwenden kann. Langes Magnum. Ich muss mich gleich wieder durchmessern. Den letzten Schuss, damit kann ich mich noch gut selbst erschießen. Das tun wir jetzt um ihn mal hin. Ein bisschen was. Hier ist auch zu ruhig. Wollte ich gerade sagen. Nötig Geräusche. Ich bin bitte jetzt nicht in so einer Passage. Wo ich gerade nicht schießen kann. Explosivgeschoss. Wo ich wirklich keine Ahnung habe, wie ich die benutze. Ich habe schon gesehen, dass es da was gibt. Den Gewehr. Keine Ahnung, wie man das ausrüstet. Oh no. Munition. Sehr schön. Okay, wie komme ich hier raus? Ach du Scheiße. Postfight mit Pistole. Und ich komme hier wahrscheinlich nicht raus. Explosiv-Munition. Explosiv-Munition. Kann ich noch nicht wirklich. Muss mir gleich was einfallen lassen. Ich habe aber lache alle Munition. Ich denke aber nicht, dass das was wird. Jetzt kommen auch noch die hier. Verdammt. Ich habe nichts mehr. Heilung, Heilung, Heilung. Verdammt. Verdammt, Mann. Ahem. Ich habe nichts mehr. Ich kann nicht mehr schießen. Ich kann den Gegner nur noch Messern. Ich habe für die Schotwinte noch Munition geschafft. Schützengewehr. Okay. Okay. Ich würde mal nachladen. Oh, scheiße. Dann gehen wir denen mal tot. Jetzt werden wir mal die Ohrwumpen versuchen. Okay, nehmen wir den Sinn mehr. Nicht gut. Scheiße, jetzt wirft der mit. Ist doch eh nun. Besser später als nie. Äh, ja, das war... Leck mich da. Leck mich weg. Das war ein Bosskampf. Nach wieviel kann ich die Munition herstellen. Und wie kommen wir jetzt hier hoch? Ach, die Tür ist offen. Nein, wie die Scheiße. Wir haben für irgendwas noch Munition. Nicht wirklich. Ein Schuss wieder. Das heißt, es kommt die nächste Bosskampf. Können wir hier nicht noch mehr Kristalle mitnehmen? Ich muss die Kristallhöhle. Einen großen Kristall genommen. Und weiter runter geht's. Mehr Munition. Ja. Tor so. Jetzt hätten wir das vierte Teil. Du hast was drauf, Winters. Respekt. Warte ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange. Und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erst mal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Okay. Verdammt. Wir haben uns jetzt hier erreicht. Wir haben alle vier Flakons. Aber... Das Spiel sagt uns, das ist noch nicht das Ende. Es ist hier irgendwie... Es ist... Da begeben wir uns vielleicht schon auf einen sehr falschen Weg. Wir haben die Flakons. Wir haben die Flakons. Wir haben die Flakons. Wir haben die Flakons. Und das ist nicht mehr wichtig. ein anlegen bitte das ist möglich im ganzen spiel mit den grafen anlegen ich habe Bock nach oben zu gehen als nach unten weißt du was ich gucke unten nochmal nach warum nicht weil wir haben ja noch mal munition ein paar schuss haben wir noch übrig wo sind wir hier munition notizen zum kadu implant dazu probanden 174 bis 181 proband 174 mirai m merkmale 21 männlich silberschmied nahm von einer lungenentzündung ergebnisse geringe kompatibilität kardu konnte nicht wachsen transformation des körper beeinträchtigung der wahrnehmung typische anzeichen des lichens auf die weide geschickt proband 177 b b merkmale 21 weiblich keine beschäftigung keine vorerkrankung ergebnisse tot merkmal proband 181 alle china die merkmale viel verzweifelig nachkommen aus adelsgeschlecht nicht aus dem beruf bei ab zur blutkrankheit ergebnisse sehr gut komplett kompatibilität keine wahrnehmung kein wahrnehmungsverlust kann ihren körper nach belieben verändern maßnahmen zur wahrnehmungskontrolle implementiert und zur beobachtung in sand weil china nicht eine der schwestern im schluss von lady hier im trösten ich meine da hätte ich mal was in meinem paket lesen ach du scheiße das kommt mir jetzt recht ich habe gewusst dass das eine falle ist schnell raus hier bevor ich es nicht mehr kann okay 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 da wären wir wieder ich behalte mal diese waffe ich kann sie noch brauchen ein bisschen runter in der richtung mag es nicht wenn ich ihn noch nicht sehe was bist du denn ja hier ist halt mal weg hier das war ein kritischer fehler ganz schlimmer fehler wie blöd war ich denn nur den anzugreifen das ist der friedhof ich komme jetzt zu dem ich kann aber bestimmt noch kurbeln fetsch kurbel und kurbel wo sind wir eigentlich ist doch hier der weg zu dem traskus schlosshof oder ja wir müssten wir doch hier irgendwo den opferungsschein haben die zeremonie hier genau da land hier so Vielen Dank.